Und hier ist die Avesta, die ist 22 Jahre alt, ihr Name ist Avesta Hüssen und auch sie ist Teilnehmerin bei unserer Schreibwerkstatt und wir hören jetzt einen Text von ihr. Ja, ich versuche, ich versuche zu vergessen, mein Heimatland, mein Zimmer, meinen Tisch, meinen Kaffee, mein Bett, meine Nachbarn, die Straßen, ich versuche alles zu vergessen, aber kann ich nicht. Wissen Sie warum? Wieso kann ich das Land, in dem ich meine ganze Kindheit verbracht habe, vergessen? Wieso? Manchmal, wenn ich meine Augen schließe, erinnere ich mich an jede einzelne Figur und jede einzelne Umrisse und es ist, als wenn ich dort richtig da bin. Ich lächle und denke für einen Moment, dass das alles wahr ist. Plötzlich wache ich auf, mit einer Träne und Reue. Freunde und Menschen, die immer mit mir waren, sind jetzt verschwunden, für immer, für ewig. Ich kann nicht mehr sagen oder schreiben. Die Worte, die meine Gefühle beschreiben wollen, sind auch bei mir verschwunden, aber ich versuche zu vergessen. Danke euch. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020